Moderner, akustischer Jazz vom Feinsten. Das ist das Markenzeichen des Heinrich-Würfel-Paterts. Gestern spielte die Band im Hirschen. Eigenkompositionen, versteht sich. Und alles sehr melodisch, gut hörbar, aber auch nicht zu melodisch. Ab und zu gestatteten sich die Musiker ein klein wenig auszubrechen. Das sorgte dafür, dass es nie langweilig, nie zu eintönig wurde. Immer lag dieses gewisse Etwas an Spannung. 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 Musik 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 Musik